Mastercook, den wir uns präsentieren, vom Kaktus. Valentin, das ist ein Dach vom Blumenverschenkeln, ganz besonders vom Rosenverschenkeln. Der Verkäufer der Kaktus schon seit Jahren verdreht Rosen. Wir machen das ganz bewusst für Rosenbauerinnen oder Rosenbauer aus Afrika, aus dem Kenia zu unterstützen. Wenn er Vertreidhausen verkäuft, dann hat er nicht mitgenommen, dass der Bauer ganzjährig ein Fixen an Garantie zu bekommen hat, sondern er geht auch ein Teil umhörnisch auf Platz, wovon er dann Infrastrukturen, Sozialstrukturen bezahlt gehen, für die Leute dann viel, viel besser kleben. So viel denkt und für Valentin Vertreidhausen zu verschenken, dann hat er mit einem in ihrem Liste eine Gefallen, mit Leuten in Afrika und auch etwas zu finden.